Als ob. Scheiße. Ich habe auch keine Flammen. Oh! Oh nein! Oh, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Äh, Alien Isolation. Alien Isolation. Ich habe wieder mal fünf Anläufe gebraucht, bis das Spiel startet. Ich weiß nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Stellen Sie, ich muss mal schauen, wo wir, stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Okay. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe wieder drei, fünf, sechs Anläufe gebraucht, um das Spiel zu starten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt auch wirklich nur an dem Game. Alle anderen funktionieren irgendwie. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dargelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Okay, wir haben Flammware für Munition, das ist schon mal gut. Ah, ich kann auch sofort E, ähm, R drücken. Ich muss gar nicht die Waffe hervorholen. Ähm, nochmal an der Stelle tut mir nochmal mega leid, wegen der Stream-Ankündigung, dass ich das jetzt verschieben musste. Äh, ich habe einfach nicht mehr dran gedacht gehabt, dass ich da arbeiten muss. Die Kamera ist ja auch gar nicht gerade, wieso sagt ihr denn wieder mal nichts? Ähm, genau. Es tut mir halt leid. Und, ähm, ihr habt ja sicher das Infovideo gesehen, was ich rausgehauen habe, nochmal dazu. Da könnt ihr nochmal abstimmen, ob ich trotzdem am Samstagabend livestreamen soll. Einfach dann ein bisschen später. Ich werde so gegen 22 Uhr zu Hause sein, vielleicht auch ein paar Minuten später. Aber ich würde dann schnell duschen gehen erst, und dann würde ich gerade online kommen. Okay, sagt mir, wie gesagt, da einfach mal Bescheid. Was haben wir denn hier noch so schön was? Da können wir uns verstecken. Was muss ich nochmal machen? Äh, stellen sie den Zugang... Ah, da oben müssen wir hin. Scheiße, ich will Flammenwerfer-Munition. Ich glaube, ich habe das Alien schon viel zu viel abgefackelt mit dem Ding. Das wird irgendwie um einiges aggressiver, habe ich so das Gefühl. Schrott, nur Schrott. Ah, so. Ich glaube, wir kommen relativ gut voran. Das letzte Mal, als wir hier waren, ist uns ja das Alien hier nachgefolgt. Bitte komm jetzt nicht da runter. Wir müssen das Ding aufschweißen, ne? Das war das letzte Mal gewesen. Boah, hat ihm sein Gesicht. Scheiße. Boah, ich hoffe, wir schaffen das, ohne dass... ...dass viel da hinter uns runterkommt. Boah, ich muss auch ein Medikit nehmen. Komm schon. Komm schon. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Und es. Ah, hier waren wir auch noch drin das letzte Mal, genau. Hä? Warte, ich muss vielleicht am Computer hier was machen. Ich glaube, ich bin auch wieder zu... Ne, ich bin schon richtig hier oben, das auf jeden Fall. Boah, diese blöden Schritte von dem Vieh, die regen mich auch auf. Ah, der Code 8897. Den brauchen wir wahrscheinlich. 8897. Wartungs-Check-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungs-Android ist unterwegs. 8897. Ah, das ist der Wartungs-Android. Ich dachte schon. Gut. Wo müssen wir lang? Nochmal. Da unten. Da ist wahrscheinlich eine Tür, wo wir den Code brauchen. Bitte komm da nicht runter. Das ist 100 Pro genau über uns. Hebel benutzen. Mach ich gleich. Ich glaube, da ist die Tür, gell? In die wir rein müssen. Ne. Oh, wir sind schon da. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Das können wir gerade hier machen wahrscheinlich. Hier brauchen wir vielleicht den Code. Äh, nee. Nee, hier können wir auch nichts. Geschafft. Okidoki. Aktivieren Sie die Leistungsschalter der G-Mini-Anlage. Okay. Nein. Jetzt sind wir im Arsch. Scheiße, Mann. Ich war doch leise. Warte, wo muss ich hin? Äh, entweder da raus. Oh, alles wieder zurück. Mann, das ist aber auch unfair. Dass der jetzt da runtergekommen ist. Ich hätte aber auch den... Ah, ich war wieder so dumm und hab ihn natürlich wieder abgebrannt. Ne? Hätte ich nicht machen sollen. Nein, leise sein. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte nie damit anfangen sollen. Man gewöhnt sich da aber auch dran, das Vieh abzufackeln. Ist das eigentlich normal? Ich benutze eigentlich nie diese ganzen anderen Sachen. Diese, ähm, Leuchtfackeln und Geräusche... ...macher. Ach, da kriege ich immer gerade zum Kribbeln. Ah, ich muss gerade beide aktivieren. Den und den da unten, hä? Bestätigen Sie... Ah, ja gut, okay. Ah, Medikit wollte ich machen. Super, ich hab Teile. So. Oh, da können wir speichern. Was geht ab? Ich glaub, ich bin tot. Wo ist denn das Vieh? Nein, genau da, wo ich aber auch abgespeichert hab. Das kann's doch nicht sein. Scheiße. Ja, wenn ich das jetzt lade, ist da das Alien genau hinter mir? Oder kann das auch sein, dass das, ähm... ...jetzt irgendwo an einem anderen Punkt gerade ein bisschen respawnt? Oh, wir haben Glück. Oh, wir haben echt Glück. Sehr schön. Ich muss da hoch, gell? Komm schon. Das ist da unten gewesen. Als ob. Scheiße. Ich hab auch keine Flammen... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Geh. Bitte geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Komm schon. Geh rein. Oh, 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 oh. Oh, shit, war das knapp gewesen. Oh, shit, war das knapp gewesen. Ach, du Scheiße. Oh. Scheiße. Wo muss ich hin? Muss ich da überhaupt? Ich muss da bestimmt lang, ja. Boah. 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 Ich warte kurz. Okay. Ey, jetzt könnt ihr aber echt nichts sagen. Ich war leise gewesen. Ich war wirklich leise gewesen. Ey, war das knapp? Das ist doch bestimmt hier. Flammenwehr von Munition. Das Problem ist, das bringt... Ich wette, der Alarm, wenn der ausgelöst wird, das Vieh kommt hierher. Ah. Ah, das ist der Flammenwehr, wo er so einen Krach macht, gell? Ja, scheiße. Schnell mal die Überwachungskameras ausschalten. Das kann ich ja hier, stimmt's? Ja. Oh, das war wieder so ein richtiger Moment. Mann, wieso sind wir denn so laut? Wo müssen wir hin? Darüber in den Raum. Oh, das hat einen da reingeschleppt. Welcher PC? Ah, das ist diese kaputte Anlage da oben, gell? Ich will mich kurz verstecken. Oh, ey. So, wir müssen wieder runter, ne? Hm. Natürlich spürt, dass wir hier nicht speichern können. Oh, das macht aber auch einen Krach. Wisst ihr, was ich hier noch gut gefunden hätte? Wenn man hier so einen, ähm... Oh, ich sollte auch noch übrigens das Medikit mal nehmen, ne? Wenn man hier so... Ähm... ...ne Anzeige sehen würde, wie viel Krach man macht. Erstmal speichern. Sehr schön. Ich schwöre, ich krieche nur noch. Ich hab gar keine Lust mehr zu laufen. Wenigstens ist der Flammenwerfer am Start. Gut, wo müssen wir lang? Das ist richtig. Oh, müssen wir wieder alles da hoch... Ich jetzt kenn... Ja, die können wir natürlich nicht aufmachen. Oder hat's hier irgendwo... Ne, komm, egal. Oder? Ich geh wieder... Ja, komm, egal. Ich geh wieder alles zurück. Was ist das denn hier dran? Oh, nicht das schon wieder. Das war... Jetzt hab ich doch viel zu viel Krach gemacht. Was ist denn los mit der Musik? Ist der hier unten? Ne. Was? Leistungsschall... Ich mag die Musik grad gar nicht. Ich würde am liebsten rennen, aber ich weiß, das bringt mich um. Nein, ich mach's nicht. Ja, ja, komm, egal. Ich lauf den ganzen Weg jetzt hier zurück. Also, ich krieg's den ganzen Weg zurück. Ah, das Vieh hat uns Leben gezockt, dieser blöde Android da. Ah, trich jetzt schon wieder voll am Rad, wenn ich das sehe. So. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ist das richtig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm, Mann. Ah ja, so. Hä? Kann ich die Karte nicht bewegen, Mann? Na ja, ist auf jeden Fall trotzdem richtig. Ähm, so. Vor diesem blöden Blitzdingern passe ich mal ein bisschen auf. Zeig mal auf der Karte. Gut. Diese blöde Bewachungskamera. Am besten noch ein bisschen Flammenwerfer-Munition. Das wäre jetzt perfekt. Sehr schön. So, erstmal nachladen. Ich glaube, das Ding macht einen extremen Lärm, oder? Dieser blöde Flammenwerfer. Oder was ist das? Komm schon noch mehr Flammenwerfer-Munition. Nein. Okay, wartet mal. Nee, geht nicht. Rauchbomber auch nicht. Plant-Granate. Bringt das was gegen das Alien? Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht. Flammenwerfer, Revolver, Elektroschocker, Flammenwerfer, Revolver, Flammenwerfer. Nee, ich bleib beim Flammenwerfer. Die 50... Oh, hier ist ja richtig. Die 50 Munitionen sollten, glaube ich, genau reichen, um den zur Flucht zu bringen. Das ist unten. Wo ist das Vieh? Scheiße. Verpiss dich. Wow. Ey, dem ist das langsam. Scheißegal. Okay, warte kurz. Wo müssen wir lang? Wieder zurück? Verteilungsleistung initialisieren. Super. Nee, das ist ganz toll. Dass wir jetzt wieder... Alles zurück dürfen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, scheiße. Oh nein. Oh, scheiße. So ein Scheißdreck aber. Oh, jetzt muss ich da nochmal hin. Ob ich ihn abgespeichert? Ich glaube, in dem Raum da hinten, ne? Ja, genau. Hier, zeig mal. Gib mal Karte. Ja, gut, okay. Guck mal, ob ich normal laufen kann, ohne zu sterben. Und ich glaube, die Musik allgemein geht hier los. Ist ja vorhin auch. Gut. Oh, das war aber auch wieder richtig, richtig böse gewesen vorhin. Also eben gerade. Ey, ich erschrecke... Ich kenne es langsam, aber ohne Scheiß, es erschreckt einen halt trotzdem. Weil man immer noch das Gefühl hat, man könnte vielleicht noch entkommen. Weil es halt auch schon zwei, drei Mal passiert ist, dass man entkommen konnte. Deswegen erschrecke ich mich halt jedes Mal trotzdem. Ne, wir müssen noch eins weiter, ne? Ne, doch, hier rein. Aber wir wissen zumindest, dass mit 50 Schuss man das Alien... Ähm... ...noch weglocken kann. Na gut, ich kann auch hier lang, glaube ich. Aber das ist jetzt, glaube ich, einfach runtergekommen, gell? Ich habe hier keinen Krach gemacht. Irgendwo hier konnte ich doch noch Munition einsammeln. Ja, ich habe hier draufgedrückt und dann kam das runter. Ich glaube, das kommt ab und zu so oder so mal runter. Egal, ob wir jetzt Krach machen oder nicht. Das macht er, wie er Lust und Launen hat. Oh, das letzte Mal war hier Flammenwerfer-Munition drin, glaube ich, oder? Was macht denn hier so einen Krach? Der ist jetzt unten, seht ihr? Oder? Ne, nicht wirklich. Mann, ich mache schon wieder einen Lärm. Das ist unglaublich. Bitte komm jetzt nicht, genau wo ich auf das Ding warte. Ja, ich kann es ausschalten, aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich gehe jetzt lieber langsam hier rüber. Komm schon. Komm schon. Und wieder hier rein. Mach auf, komm. Nix da, ich will da rein. Was soll denn das? So ist gut. Ja. Boah, es ist unglaublich, wie weit wir hier kommen. Aber ich will nicht wissen, wie die Schwierigkeit gerade Albtraum ist. Ohne Scheiß. Ich will das echt nicht wissen. Es gibt ja noch, glaube ich, noch so ein paar andere Spielmodi, wo man auch machen kann. Außer hier das Spiel durchzuspielen. Da könnte man dann echt mal gucken, ob man da auch die Schwierigkeit auswählen kann. Sag mal her. Ich will auf jeden Fall speichern jetzt irgendwo. Hier, ne? Den Raum mag ich gar nicht. Ähm, wo ist denn das? In der Mitte, ne? Verteilungsleitung. Ah, das ist dieser Computer, wo da war. An den müssen wir sicher dran. Ich glaube, die Musik geht hier auch... Doch, doch. Ja. Komm schon. Ah, ich jetzt erstmal speich... Warte. Ich speichere erstmal schnell. Bitte, komm jetzt nicht kurz vor dem Speichergerät. Fünf Meter, vier Meter, drei Meter, los! Das finde ich aber jetzt noch cool. Das letzte Mal, wo das mich ja genau nach dem Speichern getötet hat, dass bei dem, ähm, bei einem Reload, dass das, dass das Vieh da nicht hinter einem ist. Dass das... Immer nochmal neu lädt. Komm. Mann, mach. Okay. Fehler, Fehler, Fehler. Hier. Was waren das andere gewesen, was ich da machen konnte? Was müssen wir denn machen jetzt überhaupt? Kann ich mich nicht irgendwo verstecken? Ich sollte mich irgendwo verstecken. Hier ist gut. Hier ist perfekt. Und jetzt? Ah, jetzt ist das andere wahrscheinlich noch. Stimmt's? Da waren ja zwei Sachen, die ich aktivieren konnte. Weitungscheckaufgaben in Sektor 12 erhalten und bestätigen. Ein Weitungsanruid ist unterwegs. War das richtig? Verteilungsleitung initialisieren. Weiß ich gar nicht. Doch, das müsste das doch gewesen sein jetzt, oder? Wollen Sie mir über die Wastung Pols Sicherheitsvorschriften erfahren? Der macht das jetzt, oder wie? Mich wundert, dass das Alien nicht runterkommt bei dem Krach, den die hier machen. Muss ich da jetzt was machen? Ah, guck mal hier. Hä? Oder muss ich warten, bis... Nein. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Das ist unten. Wo ist denn das? Komm schon, Flammenwerfer. Nein. Ich sollte mich nicht bewegen. Oh, das ist nach oben gegangen. Okay. Mann, was soll ich denn machen? Jetzt hier vielleicht auch noch? Oh. Das war nicht schlau. Ja. Ich hab's. Oh. Ich seh mich nicht. Oh. Scheiße. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Nein, auch nicht das Ding. Nichts machen am besten. Da könnte ich rein. Oh, nein. Ich hab mich nicht bewegen sollen. Scheiße. Okay, Leute. Ich glaube, ich tue an der Stelle den Part beenden jetzt. Wir sind auch schon wieder bei 24, 25, 26 Minuten angekommen. Irgendwie sowas. Vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bewertet das Video ruhig positiv. Ihr könnt es auch negativ bewerten, wie ihr wollt. Wie es euch gefallen hat. Und genau. Freut euch auf den Livestream. Das mache ich auch. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Nochmal vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Haltet ihr euch steif. Euer Nia und ciao. Euer Nia und ciao.